Heinz Hönig kämpft weiterhin mit seiner Gesundheit. Beim Plätzchenbacken für seine kleinen Söhne kommen dem Schauspieler plötzlich die Tränen. Seit April 2024 kämpft Heinz Hönig mit gesundheitlichen Problemen. Nach mehreren Behandlungen, darunter die Entfernung seiner Speiseröhre, steht noch eine wichtige Aortenoperation aus. Punkt zuvor wurde der das Bootstall fälschlicherweise als Demenzpatient diagnostiziert, was Ehefrau Annika Kerstin Hönig empörte. Jetzt hat die gelernte Krankenpflegerin ihren Mann nach Hause nach Berlin geholt. Mit Ehefrau Annika zeigt Heinz Hönig seine Backkünste, auf Instagram nimmt Kerstin Hönig ihre Follower durch den neuen Alltag der Familie mit. Punkt das Paar hat zwei kleine Söhne, für die das Ehepaar nun Weihnachtsplätzchen backen möchte. In ihrer Story zeigt die 39-Jährige, wie Heinz Hönig fleißig den Teig ausrollt. Der Heinz und ich, wir backen heute gemeinsam Plätzchen, freut sich die Zweifachmama. Zumindest versuchen wir es. Nach dem Rezept meiner Oma. Punkt den Teig bereitet Kerstin Hönig selbst vor, beim Ausstechen darf der Schauspieler seiner Ehefrau tagkräftig unter die Arme greifen. Im gelben T-Shirt und blau-lila Jacke sitzt Heinz Hönig in dem Clip auf Instagram vor dem Küchentisch und schlägt fröhlich auf den Teig ein. Punkt brauchst einen Fleischklopfer? neckt seine Frau den 73-Jährigen. Hier, guck mal, so Heinz Hönig und hält seinen ersten ausgestochenen Stern in die Kamera. Beim Plätzchenbacken bricht Heinz Hönig in Tränen aus, um die Stimmung weiter aufzulockern, macht die gelernte Krankenpflegerin etwas Musik an, stand by me von Ben E. King. Zu viel für den Schauspieler, der plötzlich vor laufender Kamera in Tränen ausbricht. Punkt fest klammert er sich an die Hand seiner Ehefrau, die liebevoll seinen Kopf streichelt und ihm die Tränen aus dem Gesicht wischt. Guck mal, wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar, erinnert Annika Kerstin Hönig ihren Mann daran, was er alles geschafft hat und heute hier mit ihr sitzen kann. Hönig stimmt seiner Frau zu. Aber wir sitzen hier und backen Plätzchen. Und hören's denn bei me. Hönigs Söhne freuen sich im Anschluss ebenfalls über die frisch gebackenen Kekse ihrer Eltern, mit ganz viel Liebe. Vielen Dank.